Liebe Schnittchen, das folgende Video wird gesponsert von Summoners War. Das rundenbasierte RPG feiert mit seinen 1 Millionen aktiven Nutzern mittlerweile sein 6-jähriges Jubiläum. Auf kleinen Inselteilen baut ihr euch eine Base auf und die unterschiedlichen Gebäude braucht ihr zum Beispiel zum Upgraden, aber auch zum Beschwören von Monstern. Hier gibt es in verschiedenen Elementen, zum Beispiel Feuer, Wasser, Wind und natürlich in unterschiedlichen Stärken bzw. Sternen. Und anlässlich des 6. Geburtstags könnt ihr euch durch normales Spielen 6-Jahres-Münzen verdienen, die ihr dann wieder gegen mystische Schriftrollen tauschen könnt, mit denen man neue, stärkere Monster beschwört. Aus denen stellt ihr dann ein Team zusammen und mit dem kämpft ihr dann entweder im PvP oder im PvE und farmt zum Beispiel Runen. Und die Runen helfen euch, euer Monster individualisierbar stärker zu machen. Beispielsweise gibt es Runen, die erhöhen den Schaden, Leben, Crit, Crit Damage und je nachdem worauf ihr Bock habt, könnt ihr da unterschiedliche Runenwörter bauen. Gilden und Gildenaufgaben gibt es natürlich auch, so wie viele andere Sachen noch. Und für PvP müsst ihr jetzt auch nicht das Legendary Übermonster des Todes auf Doom haben, sondern könnt auch da relativ früh schon mit starten. Also, wenn ihr Bock habt, checkt das mal aus. Das stärkste Monster habe ich sowieso zu Hause. Aber vielleicht kommt da in Zukunft nochmal was Neues bei Summoners War. Wir danken vielmals für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß beim folgenden Video. Moin, 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 Gein, Steht, Jens. Willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Genage. Heute mit allen von Team Pete Smith und ich darf heute suchen und zwar im Casino. Die vier Jungs haben sich wieder als NPC versteckt. Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Sie werden mich, denke ich, ganz so schwer kennen. Ich bin noch nicht drin. Ich stehe noch vor meinem... Ich stehe noch draußen. Ich sehe gerade dein Auto, ich sehe mein Auto. Aber es kommt jetzt rein. Ich würde sagen, um da selber auch eine kleine Aufgabe zu stellen. Jetzt ist er reingekommen. Damit ihr wenigstens auch eine Chance habt, zu gewinnen, sage ich jetzt mal. Habt ihr, ich würde sagen, 20 Minuten? Ja, könnt ihr. 20 Minuten Zeit, was ich euch finde. Jetzt ist er drin. Er hat sich das letzte Mal nicht geschafft. Ich gehe jetzt rein. Ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte. Also, er hat Schuhe an. Das kann ich sagen. Hey, I'm in. Er hat Schuhe an. Welche denn? Ja, Jay hat ein rotes Shirt an. Hat der auch so eine... Okay, dann kannst du... Dass du dir das sagen kannst, heißt, du bist also vorne schon mal. Das hast du dir nicht gemerkt. Was ist denn denn richtig? Ich weiß nur, dass er eine Maske auf hat. Erblich erkennt man, glaube ich, ganz okay. Ich weiß noch genau, also irgendwer hatte... Ich weiß noch, dass irgendwer ist da immer saufen gewesen und hat sich hier hingesetzt. Ja, das war ich. Ja, den habe ich bis zuletzt nicht gefunden, Sepp. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Daran habe ich mich ja ergeben, stimmt. Man kann sich auf die Stühle setzen? Ja, ja, an der Bar. Oder auf die Bank, quasi, an der Bar. Man kann sich auch an der Bar hinsetzen. Ja. Aber an der Bar wirst du, glaube ich, instanziert. Die Sponsoren wenden sich ab. Ah, jetzt sehe ich das rote Shirt von Jay. Willst du auch eintrinken? Ach klar, laber doch keinen. Okay, ich sehe jetzt noch... Ich sehe... Ich sehe da nichts auffälliges. Der Typ an meinem allen Mikrofon... Ich habe 15... Ah, Moment, scheiße, ich muss ja First Person, ne? Ne, ups. Warne. So. Jetzt ziehen wir schon mal fünf Minuten von der Zeit ab. First Person, ja, ja. Hab ich, äh, natürlich gehabt. Also ich würde sagen, der Dude neben mir, der verliert all sein Geld an mich. Das finde ich gut. An dich? Der Automat, der Automat hier geht voll ab. Kann ich nur empfehlen, Leute. Fame or Shame. Fame or Shame, heißt der? An Fame or Shame wollte ich mich aussetzen. Ne, am besten ist, äh, hier... Ob ihr irgendwo hier an den ganzen Automaten sitzt, die kleinen Stammnieder. Hier, die, die, die Mumie des Ra oder so, hier heißt das doch. 134.180 Coins, das kann ich dir sagen. Dating of the Sun, heißt der. Achso. Ja, ich kann halt nicht so gut sagen. Bei den, bei den Automaten bin ich ja nicht. Ich bin ja hier mit meinem Loot gerade am Spielen. Deshalb müssen wir mal gucken. Alter, was bist du denn für eine Flasche schon zum dritten Mal verloren? Alter. Wie viele Versuche hat Jay eigentlich, irgendwelche Leute anzusagen? Äh, der hat 20 Minuten. Er kann jetzt jeden ansagen. Okay. Eigentlich müsste immer für einen falschen Guest Zeit abgezogen werden, so. Ja, 10 Minuten. Ne, 5 finde ich verhältnismäßig. Ja, ich sag mal so, einer von denen hier ist Sepp. Welcher? Ich weiß noch nicht. Verstehst du denn? Das stimmt nicht, Jay. Du musst ja, Jonathan, du musst ja schon sagen, welcher. Ja, ja, ist mir schon klar. Ich muss gerade noch herausfinden, welcher. Jonathan, William, Spianus. Ah, Jay trägt den Tanktop, okay. Als wenn Sepp ein Pferdewetten ist, Jay. Nee, da gewinnt man doch nichts. Genau, als der gesagt hat, der hat schon wieder verloren. Der Typ ist nämlich eine neue Zeit angefangen. Hallo? In dem Spiel. Hallo? Das ist mir sehr aufgefallen. Also Leute, wenn ihr Jay seht, ihr werdet ihn erkennt. Ja, ich weiß doch genau, wie der aussieht. Weißt du, Jay glaubt nicht, dass ich mehr das merken kann. Das musst du nicht mal wissen. Ich glaube, es ist der einzige Typ, in dem ganzen Casino, der eine Maske auf hat. Und ein rotes Tanktop. Warum hat der noch von der letzten Stelle eine Maske auf? Hallo, ich habe meine Atemmaske noch aufgelassen. Ja. Ich will mich doch hier nicht Corona-mäßig anstecken. Okay. Ist doch nur vernünftig, Peter. Du schützt ja nicht nur dich, auch andere. 21, jawoll! Vor allen Dingen. Eigentlich. Noll. Jonathan, Pferd, 21 hat gerade gewonnen. Ja, ja, deine Mutter. Wer bin ich denn jetzt von den Pferde-Wettel-Leuten? Ist doch noch gar keiner. Wieso bist du denn jetzt weggegangen? Das ist unfassbar krass. Jonathan, komm doch nochmal zu den Pferden. Hier ist gerade die 17 am Start. Moment, da wird eine Nummer gezogen. 0, 1, 8, 5, 3. Was für eine Nummer gezogen. Was ist eine Nummer? Vor allem, die machen alle irgendwelche Gesten, Mann. Das macht mich ja komplett kirre. Ja, aber das macht man ja zum Glück hier auch. Ins Management seid ihr nicht gegangen, ne? Weil da ist irgendwie bei mir so ein... Ne, ne, ne. Da startest du eine Quest, glaube ich. Blöder Schmerz. Na, da ist Jonathan bei Management. Macbeth, da war ich ja immer schon Fan von. Ja, Jay ist gerade hier an den Tischen und verzweifelt richtig. Finde ich gut. Ja, das ist ja... Ich fühle mit ihm. Das ist nicht so leicht. Vor allem, während Jay hier verzweifelt, mache ich richtig viel Money. Das ist total gut. Ich verliere richtig viel Money. 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 Jay hat mir, glaube ich, schon in den Nacken gehaucht. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Bei mir auch. Wie kannst du das wissen? Ich finde das super schwierig, sich zu orientieren in der First Person. Ich finde das super schwierig, Jack. Also, wie ich das wissen kann, ist, weil Jay halt neben mir stand. Ja, genau. Ich komme mal schnell wieder rein, ja. Gehe mal nicht zum Eingang. Ich fall gerade den Himmel runter. What the fuck? Ich hab ein bisschen viel gesoffen. Oh. Yo, das hat mein Zimmer auch. Äh. Einer, der hat zwei Whisky getrunken und dann habe ich den schon unter dem Tisch. Das ist doch nicht der Ernst. Und vor allem spawst du dann irgendwo in der Wallachei. Ja, ich bin direkt am Casino gespawnt. Oh, da hast du Glück gehabt. Ich bin nämlich letztes Mal hinter Hollywood gespawnt, meine ich. Jetzt weiß ich auch, wie Christian aussieht, okay. Ja, Jonathan, du verpasst hier was. Also, man kann eigentlich bei Glücksspielen auch anscheinend nur gewinnen. Man kann halt so ein bisschen durch die Gänge torkeln und so, aber... Die schmeißen einen direkt raus. Ich finde ja auch ein bisschen enttäuschend, dass man direkt rausgeworfen wird. Aber weißt du, was auch total gut ist? Einfach sich als Security ausgeben, so einen Knopf in den Ohr machen und Jay findet einen niemals. Geht halt nicht. Als Accessoire gebe ich das. Als Accessoire. Als ob. Musst du in den richtigen Laden gehen? Wie viele Diamanten fallen denn da? Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Alter, das ist super schwer zu erkennen, ob da irgendeiner von euch Dullis. Ich weiß nicht, woran er erkennt, wer von denen NPC ist und wer ein richtiger Spieler ist. Ja, da musst du halt raten, musst du uns suchen. Das ist halt schwer. Ich dachte, du wolltest schon einen Guess machen beim Pferdewetten. Hätte ich gerne gesehen Pferde sind nicht so lukrativ, habe ich festgestellt Ich kann dir sagen, der ist dein Pizze Pokeranz zackt auf jeden Fall auf Deine Mutter, ey Deine Mutter Der saß hier vorhin auch Scheiße Oh nein Bist du dir das sicher? Der saß hier vorhin schon Komm schon Pferdchen Lauf Der ist so auffällig Ich mach jetzt den Gäst hier Der Typ mit dem blauen Palmsinger Und der mit der goldenen Brille Das ist einer von euch An der Bar An der Bar? Das ist keiner Scheiße Oh Mann ey Also ich habe auch keinen Spot gefunden an der Bar Wo ich mich gerade hinsetzen kann Ich konnte nirgendwo eh aktivieren Ich nicht Stimmt, das kenne ich auch nicht Scheiße Geil Erster Gäst Direkt falsch Finde ich gut Jay kauft sich jetzt erstmal neue Klamotten Jay26, die gewinnt gerade Wer bist denn du hier? Alter Alter 26 Ich habe 1000 gesetzt, das sind 26.000 Jay, ja Wie viele Diamanten sind die auf der Leinwand? Finish Welche Leinwand Die Riesenleinwand im Eingangsbereich Wo die Diamanten runterfallen Ja, ich gebe mehrere Gibt ja auch eine an der Bar Und eine hinten an dem Spiel Ja, aber ich meine die im Eingangsbereich Okay Peter, ich komme wieder zu dir Ich wollte wissen, wie viele Diamanten du darauf zählst Die zähl du doch mal Arschloch 1, 2, 3, 4 Aber die fallen so schnell Ach Gott Ich frage mich halt wirklich, ob du diese Ach Christian, der war gut Was? Nix Hä, was hast du von mir? Nix Wir will uns hier nicht Das ist zu kotzen Ach Jay Dummdi dumm Dummdi dumm Schwierig Auch Tenpenny setze ich jetzt, glaube ich, mal drauf Was? Er hat keinen Bock mehr auf den ersten Bereich vom Casino Quote von 4 zu 1 Das müsste eigentlich ganz gut sein So, wieso sagst du das? Was ich jetzt zumindest nicht mehr sehe Ach, ist denn so? Ja Ach doch, lol Ah, lol Doch, ist der Der stand direkt neben dem Auto Ich habe nur in die falsche Richtung geguckt Oh, er hat versucht Er hat versucht rauszufinden Wo dein Sichtfeld ist, Bram Ja, ich weiß Aber ich glaube, er stand einfach nur so Also Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann dir auf jeden Fall garantieren Ich hätte dir schon in den Arsch packen können Wenn GTA diese Funktion zulassen würde Ja, dann hätte ich auch Ich habe schon gewusst Ich muss sagen, ich habe auch einen guten Ausblick Guten Ausblick über die grüne Fläche Ja, Jonathan Das ist doch gut Sind sie das? Das ist doch gut, wenn das NPCs sind So Peter, wieso verlierst du eigentlich die ganze Zeit da an deinem Tisch? Krass Krass Pokerns zackt Krasser Jay Alter, das ist super schwer zu erkennen Finde ich halt auch Richtig Probleme Ich glaube, der ist jetzt wirklich aus dem ersten Bereich raus Ich sehe ihn zumindest gerade nicht Aber vielleicht ist die deutelte Okay, Bram Bram, ja Also Jay Hätte ich jetzt auch einfach eine Bugpfeife geben können Ja Also Also ich kann auch sagen In der Sekunde, wo ich gesagt habe, ich hätte Jay an den Arsch greifen können Stand ja auch exakt vor mir Das war also nicht mal so Ja, was war das denn? Das war nicht so in den letzten drei Minuten oder so Sondern Ich habe damit angefangen zu sprechen In der Sekunde, wo der vor mir stand Geil Weil ich glaube schon, dass das schwer ist So eine Security, man kann es auch einfach überall rumrennen Kann es machen, was du willst Nebenbei dein Gehalt ein bisschen aufstocken Vor allem, die haben alle ihre Scheiß Die haben doch eine Flasche in der Hand Dann sind die doch NPCs Das muss doch so sein Nee, Jay Du kannst doch auch nicht mit verschränkten Armen hier überall rumstehen Das ist klar Das glaube ich einfach nicht Das heißt, das muss doch auffällig sein irgendwie Nee Check ich nicht Jay wird zur Verzweiflung getrieben Ja übel Aber an einem Automaten Äh Jay Aber an einem Automaten machst du aber Moves Also Naja Das geht schon Naja Naja Ah, schon schwer auf jeden Fall Okay Peter hat mal gewonnen Alter, Glückwunsch Ich kann noch ein bisschen länger mitspielen Meine Dynastie liegt in Trumann Warum? Was hast du gemacht? Ich verlie die ganze Zeit Als ob Dynastie vor allen Dingen auch Dynastie Ich sag ja Du musst wieder zu rar Du musst wieder zu rar gehen Weil Jay hat noch keinen gefunden, ne? Krass Peter, war der denn bei dir schon mal? Du hast doch gar nicht gesagt Ob Jay bei dir war Ich hab ihm ehrlich gesagt Dann, wenn er bei mir war Nicht gesehen Krass Wie so nasse Säcke Ja, aber das Problem ist In der Position, die ich war Ja, der war halt hinter dir Das hab ich ja gesehen Ja, okay Ja, ja Jay guckt sich jetzt Film aus Schelm an So ein lila geiles Rad, Alter Ich sag mal lila Pink Rot Jay, da hab ich eben gesessen, du stehst Ich bin nicht alleine hier wieder aus Doch, doch Bin schon nicht mehr da Bin schon weg Ich werd jetzt einfach gleich die Gästes draushauen Für Leute, die ja kein Bier in der Hand haben Oder welche, die ein Bier in der Hand haben Wie viel Zeit hab ich noch? Man muss ja schon fünf Minuten abziehen, ne? Sechs Minuten Ich mach gleich ganz viele Gästes Der steht hier auch schon die ganze Zeit, der blöde Pisser Der Typ steht hier die ganze Zeit, wirklich Der guckt sich so lange schon das Auto an Aber Jay, ich kann dir sagen Das ist ein NPC Das muss ein NPC sein, weil er halt die verschreckten Arme hat Ich glaub auch, Jonathan Der mich wegschiebt, der Typ Alter Der muss halt wohl ein Spieler sein, ich will den ja gessen Ja, nee Nee, das ist ein Security-Typ Ja, ja, genau, hab ich doch gesagt Security-Typ Mir bahnt sich was an Na, Baby Peter, jetzt darfst du dich nicht bewegen Jetzt darf ich mich nicht bewegen Okay, ich beweg' mich Nee, lieber nicht Aber einfach weiter spielen Jay steht fast an der Eingangstür Jetzt an dem Shop Er steht hier auch noch schon die ganze Zeit, der blöde Penner Aber er hat immer noch die verschreckten Arme Deswegen glaub ich nicht, dass das ein NPC ist Äh, glaub ich, dass das ein NPC ist Ich würd den callen Ey, ich find das richtig, richtig schwierig, Alter Werde ich eigentlich rausgeworfen, wenn ich mir hier ne Kippe anmach Oh Leute, hier kann man sich wirklich an die Bar setzen Casino nicht Nee, du eigentlich kannst dich da nicht an die Bar setzen Sondern kannst dich da nur hinstellen mit dem Typen Mit dem Barkeeper quatschen Ah, okay Also setzen tust du dich dann nicht Sondern du bleibst dann trotzdem stehen Und bestellst dir Getränke Duptiduptidu Alter, ich krieg die Krise, Mann Ich versteh das gar nicht 20 Minuten hatte der Zeit Okay, ich try dat jetzt ja einfach nochmal Das ist der Typ hier mit der beigen Hose und dem blauen Polo-Shirt Das ist einer von euch Oh nein I'm fame or shame Doch, ich hab alle gewonnen Nein, nein, nein So, wieder nicht Schon zwei Guests, die falsch sind Geil Direkt hinter dem Riesenrad in der Mitte war dat So geil, ey Aber Jay, ich kann dir sagen Der Typ da hier, der Pferde spielt vor mir in dem Anzug Das ist einer What? Also, weil ich im ersten Raum bin, kann ich dir halt nicht sagen Der Pferde-Typ Lass mich doch mal meine Wette platzieren Ja, danke Okay, dat ist es Nice, Jay Alter, jetzt ging's aber auch ab, ey Also, Jay, nach meinem aktuellen Kenntnisstand Bin ich der Einzige, der im ersten Raum ist Ja, das heißt, dann geh ich nicht um den Echt? Weil da finde ich dich hier Ah, bist du auch hier? Scheiße Vielleicht Ja, nee, komm Das läuft schon so lange, da gibt's bei mir kein Vielleicht mehr Nee Also, ich bin nicht da, das kann ich sagen Also, Jay ist auch wieder im ersten Raum, das kann ich sagen Der steht jetzt wieder an dem Sechser Wie viel ist denn das? Keine Ahnung Da an so einer Säule, wo auf jeden Fall die Automaten drüber rumstehen Ich mach mich grad schäbeln Schäbeln, äh, schäb ich an eine Frau ran Guckt aber ein bisschen komisch rüber Jetzt hätt ich doch nicht wieder neben den komischen Chinesen, der sich auf das Auto anguckt Oh, das ist scheiße Ich glaub, du will nicht, dass ich hier bin Ja, weil du da gerade vorgeschlagen hast, ob dir nicht bei McDonalds mal essen gehen könnte Also, meine geht mit mir nicht nach McDonalds Zumindest, also, die würde 5 Euro für einen McFlurry ausgeben Und wieder Richtung Shop Wieder an der Bar vorbei Wo bist du, kleiner Pisser? Also, Jay, ich find das gut, dass du nur Christian gefunden hast Find ich gut War, war knapp Zwei auf einen Streich, hättest du kriegen können Ja, der in der Mitte Na ja Aber? Du Pisser, ey Ja, den Automaten Jetzt an den hinteren Automaten Oder vorderen, je nachdem, was ich da bei den Table Games Auf jeden Fall in dem Eingang Den hatten wir hier schon Das ist auch ein Spieler hier Ja, den hast du doch gerade schon gecallt, oder nicht? Ne, 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 das ist wer anders Den hatten wir gerade schon Der hat vorhin hier Pferde gespielt Der Fame or Shame Typ Ach, komm ey, das ist keiner von euch Wo ich hier stehe Also, ich schau's Ja, mich hast du schon gefunden Ja, aber doch wer anders Der sieht genauso aus Wie der, der gerade da schon gespielt hat Alter, das kann doch nicht wahr sein Oh, geil, du bist, du, Jay, bist du geil Jetzt wieder zu dem Ursprungs-Fame or Shame-Automaten Da, bei dem lilanen Der hat aber auch Und jetzt Richtung Inside Shrek ist er jetzt weg Ach, schade, ne Ach, ne, ne, ja, ey Keine Ahnung, wer du da bist Aber Jerry Rose mit der Sechster setze ich jetzt drauf Also, scheint zu sein What denn? Also, Jay war gerade kurz bei den Pferden Ja, ich weiß, aber Kann das sein, dass wenn man sich in Ego-Perspektive umdreht Sich der Körper nicht mitdreht Doch Das weiß ich nicht Und der den Kopf bewegt Ja, ja, ja Den Kopf, aber nicht den Körper Ne, der bleibt normal stehen Das ist echt ein bisschen strange, weil Ich hab mich vorhin selber im Spiegel gesehen Und wenn ich zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive gewechselt habe Hat der seine Position verändert Also, wie er steht Also, wenn du dich umdrehst in First-Person Siehst du, wenn du auf den Boden guckst, siehst du ja, wie die Füße sich mitdrehen Ja, aber das tut er nicht Weil ansonsten hätte mich Jay sehen müssen Echt? Ja, safe Weil ich war so der geile Dude, der sich halt die ganze Zeit im Kreis gedreht hat Bei so einem Player anzugucken Also mittlerweile sind Jay und ich auch schon Also ich glaub, wer Habt euch begegnet? Ich glaub, er war in mir drin, ehrlich gesagt Also ich glaub, er Er macht mir Kinder Hat er nicht gerammelt oder was? Ey, bist du das? Ja Ich glaub schon Er hat mich auch noch nicht bewegt von der Stelle Ich hab mich auch noch nicht bewegt, aber Jay ist schon viermal an mir direkt vorbeigelaufen Also Also hat mich auch safe angeguckt Er sitzt halt wie so ein nasser Sack da an dem Trillight Knife, der Typ Kommt einer von euch Ich call jetzt doch mal einfach Hier, der Typ am Trillight Knife ist einer von euch Nee Nee Ich krieg die Krise, ich bin hier geil Ich warte einfach nur und hab keine Ahnung Oh, meine Zeit ist oben Oh mein Gott Okay, wo warst du denn? Wo warst du denn? Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen Alter, du bist durch mich durchgelaufen Wo warst du denn? Nee, ich bin einfach gelaufen Und du bist durch mich durchgelaufen Alter Mehrfach Mehrfach, einfach an mir vorbei So, wirklich Alter, du bist so unauffällig einfach Wie geil Ich stehe genau vor dem Glücksrad Die Dreiergruppe, ohne Gläser in der Hand Oh mein Gott, der hier Der hier Ich stehe genau vor dem Pferdewetten Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du halt Moment, eine kurze Frage Wenn ich so gucke, gucke ich dann, gucke ich dich jetzt an Oder gucke ich immer noch Richtung Auto? Du guckst mich an Okay, ja ich hab mich in irgendeinem Perspektive Hab ich dir die ganze noch hinterher geguckt Ich dachte, ich dachte dann hat er es Äh, du Alter, keine Ahnung, Mann Komm mal zur Pferdewetten, Jay Ja, guck mal Bist du krass wie der an mir vorbeigelaufen Alter, dann bist du der da Oh mein Gott Alter, das erkennst du halt mich Wenn ich in der fucking Gruppe Das muss ich mir halt für dichs übermerken Oh mein Gott Alter, das ist so schwierig What the fuck Wie oft er hier an einem vorbeigelaufen Das ist so gut Super schwierig Leck mich am Arsch Ja geil Ich hab mich noch schlechter angestellt Als Feder, glaube ich Ja, weiß ich Ich hatte keine 20 Minuten Ich hab, glaube ich, einfach länger gesucht Ach so Okay, ja Ja, das war wieder eine Folge NPC Challenge Äh, Jay versagt Vielen Dank fürs Zusehen Hau sie rein Bis dann Ciao Tschüss